hey leute eleb hier und das hier ist jetzt ein tutorial zum sogenannten ferro shuffle das ist das hier wo ihr die karten einfach nur ineinander webt und diese dann sehr gleichmäßig ineinander geschaffelt sind und es gibt praktische anwendungen für den ferro shuffle beziehungsweise perfekte ferro shuffles und auch unterschiedliche wie zum beispiel den in und out ferro shuffle hier wird aber jetzt lediglich der grundlegende ferro shuffle als mischtechnik erklärt oder zum beispiel für giant fans oder dergleichen nicht aber der perfekte ferro shuffle oder applikation davon weil ich persönlich nutze diese nicht und ich sehe den ferro shuffle bei mir auch wirklich nur als mischtechnik an und muss ihn nicht immer perfekt beherrschen also dass die karten wirklich nacheinander immer wieder ineinander stecken also von daher solltet ihr den perfekten ferro shuffle erlernen wollen ist das leider das falsche tutorial hier lernt ihr wirklich nur die grundlagen wie diese mischtechnik an sich funktioniert nicht aber applikationen davon oder wir den perfekten ferro shuffle macht erstmalige schriftliche veröffentlichung gehen bis auf 1894 zurück in manual of useful information geschrieben von einem mann namens kohlschitz habe ich leider keinen vornamen zu gefunden scheint ein künstlername zu sein aber mehr finde ich dazu leider nicht und hierfür ist auch ein deck von hoher qualität sehr von vorteil wie zum beispiel decks der uspcc oder ähnliche zudem sollten die kanten auch nicht ausgefranst sein da ein ferro dann deutlich schwieriger ist das deck muss aber auch nicht brandneu sein ich persönlich habe jetzt ein recht neues deck dafür ausgepackt aber es geht auch mit etwas älteren decks ist auch genauso gut möglich nur falls die kanten ausgefranst sind ist der ferro dadurch deutlich schwerer mit manchen decks geht der ferro shuffle auch besser als mit anderen zum beispiel bicycle standards gehen auf jeden fall es ist aber auch noch der speck zusätzlich da dass es von deck zu deck unterschiedlich ist ob der ferro besser face up oder face down geht das liegt dann an der schnitttechnik der karten die das ausmacht namentlich wären da modern und traditional cut beim modern cut gehen die karten im normalfall face down besser und beim traditional cut im normalfall face up das ist aber keine garantie es ist nur auf der fall bei diesem deck zum beispiel ist es sehr angenehm die karten face down in den ferro shuffle zu bringen es ist aber auch noch möglich die karten face up in den ferro shuffle zu bringen aber das ist hier etwas blöd machbar weil die karten hier eine leichte natürliche biegung haben aber der ferro shuffle ist trotzdem in beiden fällen gut machbar vorkenntnisse wären gegebenenfalls der riffel shuffle solltet ihr den aber nicht beherrschen ist das auch kein problem ihr seid dann nur das ende schon gewohnt diese cascade oder bridge je nachdem wie man sie nennen möchte aber ihr müsst ihr nicht zwingendermaßen können weil ihr könnt gegebenenfalls auch das ganz neu erlernen oder die karten am ende einfach nur ineinander schieben ohne diese cascade für die ausführung beginnt ihr indem ihr das deck im idealfall gleich teilt also in entweder jeweils 26 karten oder jeweils 27 karten das ist mit etwas übung relativ gut machbar also seid dann relativ nah an dieser grenze dran es muss wie ich gerade am anfang erzählt habe nicht unbedingt stimmen in dieser variante die ich euch beibringen werde weil ich euch nur die grundlagen beibringen solltet ihr den perfekten ferro shuffle können wollen dann müsst ihr dieses teilen wirklich gut üben ich weiß jetzt gar nicht wie gut ich das jetzt geschafft habe ich zum beispiel jetzt auf anheb perfekt 27 27 geschafft weil die beiden joker drin sind und das braucht am anfang einfach etwas übung dass ihr das augenmaß bekommt dass diese beiden packets hier genau 27 und 27 oder 26 und 26 sind ihr kommt dann nämlich in der linken hand in einer art straddle grip sollten euch die fachbegriffe auch gerade nicht sagen schaut euch das video an dort sind alle handbegriffe ganz ausführlich erklärt in der linken hand in einer art straddle grip an der kleinen finger ist aber hierbei an der seite und bei der rechten hand ist der kleine finger hier unten der zeigefinger ist hier eingedreht wenn ihr also nun diese handposition habt die auch stark von eurer persönlichen präferenz abhängt ich habe einfach nur diese handhaltung weil sie am bequemsten ist könnt aber auch gegebenenfalls die handhaltung umstellen je nachdem wie euch das am besten passt begradigt ihr die kanten des jeweiligen packets am anderen und versucht auch die kanten zueinander auszurichten also die packets sind jetzt nicht komplett gerade sondern leicht angewinkelt weil immer wenn ihr die karten in irgendeiner weise abgriffen wollt ist es einfacher wenn die packets angewinkelt sind also ihr winkelt die packs einfach so an dass ihr die in dem fall jetzt in der rechten hand betrachtet oberste karte unter die unterste karte schiebt ja also dass hier an der obersten karte ein abfall zu sehen ist und bei der beim deck in der linken hand macht ihr eine ähnliche bewegung nur dass sie hierbei an der unteren kante den abfall sehen könnt ihr könnt das machen entweder indem ihr einfach anklopft das braucht aber ein wenig übung dass die karten dann nicht sich zu sehr verschieben oder ihr legt die decks einfach nur aneinander an und bringt dadurch diese leichte kante zustande ihr legt nun diese beiden kanten aneinander an und versucht jetzt die kante bei dem deck wo ihr jetzt den indiz hier seht in das untere deck herein zu treiben dafür braucht ihr nicht viel druck das ist ganz leicht ich sehe ganz oft den ferro shuffle mit ordentlich viel druck nach unten ihr braucht für den ferro shuffle kaum druck die karten weben sich alleine ineinander und sie brauchen lediglich am anfang einen leichten impuls um sich ineinander weben zu können und danach machen die karten das beinahe automatisch solange weiterhin leichten druck gibt wenn ihr nämlich jetzt auch zu viel druck gibt beschädigt ihr die kanten der karten und das wollte natürlich nicht also sobald ihr in dieser position seid legt die beiden kanten aneinander an und geht dann mit der rechten unteren ecke des oben liegenden packs an der oberen kante entlang ich persönlich drehe die hände dann auch leicht gegeneinander ein also wenn ihr hier die ecken anlegt ich drehe die linke hand so ein dass der daumen weiter zu mir geht und die rechte hand so dass die daumen sich sozusagen begrüßen also die daumen gehen zueinander dadurch weben sich die karten etwas einfacher aneinander als wenn ihr nur statisch die karten zueinander drückt also ecken aneinander legen und die daumen bewegt sich leicht zueinander wichtig hierbei ist dass ihr weiterhin leichten gegendruck gebt mit allen fingern ihr haltet die decks zusammen weil würdet ihr die decks nicht zusammenhalten würden sie auffächern und das wollt ihr nicht deswegen wenn ihr hier seid haltet weiterhin druck mit allen fingern in dem fall ist nur mein rechter zeigefinger der der keinen druck gibt aber ansonsten halten alle finger das deck relativ stark fest ihr wollt ja schließlich nur dass ich diese karten ineinander weben und der rest nicht irgendwie aufgeht ein weiterer punkt ist dass die rechte hand nur gegendruck gibt ihr geht mit der rechten hand nicht groß nach oben sondern der hauptdruck kommt von der linken hand die rechte hand bleibt beinahe stationär außer das leichte nach oben drehen aber die rechte hand gibt nur gegendruck und die linke hand baut den druck auf wie gerade schon gesagt ihr braucht nicht viel druck um einen ferro shuffle auszuführen das ist einer der größten fehler die man am anfang machen kann versucht mit sehr sehr wenig druck zu starten und dann langsam den druck zu steigern irgendwann kommt ihr an einen punkt wo sich die karten sehr gut ineinander riffeln sobald dann alle karten ineinander gewebt sind also ganz egal ob ihr das jetzt beinahe perfekt in dem fall hinbekommt oder da noch kleinere blöcke sind bringt ihr die langen kanten zueinander und schiebt sie auch leicht ineinander rein das ist ungefähr zwei daumen breit bei mir da müsst ihr einfach schauen wie ihr die karten ineinander schiebt ihr könnt gegebenenfalls auch einfach nur so machen hauptsache ist aber dass die kurzen kanten wirklich ineinander geriffelt sind und nicht nur jetzt wie am anfang eine ecke also schiebt die karten einfach ineinander haltet die karten dann fest indem ihr mit der rechten hand mit dem daumen und mittelfinger leicht nach oben geht und an dieser überbrückungsstelle zudrückt dann könnt ihr alle karten sehr leicht halten gegebenenfalls hier mit dem zeigefinger leicht drücken und dann könnt ihr auf die linke hand zum beispiel umgreifen und mit der rechten hand herüber kommen wenn ihr jetzt nämlich diese cascade machen wollt kommt ihr einfach so herüber dass ihr die karten so weit ineinander schiebt dass ihr mit der gestreckten rechten hand über die karten herüber kommt und die jeweiligen kurzen kanten berühren könnt wenn ihr dahin nicht kommt schiebt die karten weiter ineinander dann baut ihr druck auf so dass ihr euch die karten in die hand in fläche drückt und lasst dann den zeigefinger mit der linke zeigefinger hier langsam nach vorne weg und nehmt den druck dann langsam aus der hand heraus dadurch fallen die karten dann ineinander und ihr habt dieses rascheln und diese cascade oder bridge je nachdem wie es nennen möchtet und wenn ihr das die ganze zeit macht dreht das deck auch irgendwann mal um damit ihr das auch in die andere richtung macht so dass die karten gerade bleiben weil wenn ihr es nur in eine richtung macht biegen sich die karten recht stark also wenn ihr den ferro schauffler gemacht habt jetzt zum beispiel habe ich ihn mal face up gemacht der ist nicht ganz so sauber geworden mit der hand quer darüber so dass ihr die kurzen kanten berührt baut druck auf so dass das deck in eure hand innenfläche legt nehmt den zeigefinger weg und bringt die hand ganz leicht auf sobald die karten auch verwebt sind könnt ihr sie auch ineinander schieben also ihr müsst diese cascade oder bridge nicht zwingendermaßen machen ihr könnt die karten auch hier einfach gegebenenfalls ineinander schieben oder sie zum beispiel für einen giant fan verwenden dann mache ich aber persönlich das untere packet etwas größer ich weiß jetzt nicht ob ihr auf der kamera das so gut sehen könnt aber das untere packet ist dann bei mir immer deutlich größer damit der giant fan vernünftig ist jetzt gerade leider nicht so und ich hier aber genug puffer habe so dass der fan überhaupt zustande kommt und ja das wird soweit zum ferro schaffel einer der wichtigsten tipps ist natürlich baut nicht zu viel druck auf ihr wollt die karten schließlich nicht kaputt machen und ja das wird soweit dazu hier die standardmäßige endcard hier habt ihr alle wichtigen sachen schon aufgelistet unter anderem mein sponsor spielkartenshop.com oder mystic magic zudem der link zum shop unten in der video beschreibung genau wie zur facebook seite von mystic magic und auch der link zu meiner facebook seite meinem instagram profil und auch noch meine to-do liste wo ich alle videos verlinkt habe aufgeschrieben habe die ich nach dieser bearbeitung machen möchte und auch noch meine deckwahl erleichterung dort sind alle meine decks in einer liste einsortiert und ihr könnt sie anhand einiger gesichtspunkte sortieren und ja das wäre es soweit von mir ich hoffe wir sehen uns dann beim nächsten mal